Genauso wie Sie in Ihr Projekt Fotos und Musikstücke integrieren können, können Sie auch Videos einfügen. Wechseln Sie dazu im Mediapool auf die Registerkarte Video und ziehen Sie aus dem Explorer die Videos in den Mediapool. Sofort beginnt Wingspatina mit der Erstellung der Grafikdaten. Den Fortschritt können Sie unter der Registerkarte Aufgaben beobachten. Wenn Sie ein Video in den leeren Bereich der Timeline ziehen, erstellt Wingspatinum automatisch eine Video- und eine Audiospur. Sie können also Ton und Video getrennt voneinander behandeln. Das Tonfile wird als Wave-Datei im Mediapool Audio abgelegt. Außerdem ist die Wave-Datei auf der Festplatte neben Ihrem Video abgespeichert worden. Video und Ton sind jedoch gruppiert, d.h. Sie können nur beide Files gemeinsam bewegen. Wollen Sie die beiden Files getrennt voneinander behandeln, müssen Sie zunächst die Gruppierung aufheben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Video und wählen Sie Gruppierung, Gruppierung aufheben. Jetzt können Sie Ton oder Video getrennt voneinander bewegen. Sie können aber natürlich auch das Video nur auf eine Tonspur ziehen, um z.B. nur den Ton des Videos als Originalton in Ihrer Show zu verwenden. Oder Sie ziehen das Video nur auf eine Videospur und verwenden es ohne den Ton. Ein Video besteht genauso wie ein Foto aus einer Infozeile mit den wichtigsten Informationen, wie der Teilname und die Dauer des Videos und einem Kurvenband. Wie bei den Fotos auch, bedeutet das Kurvenband die Helligkeit, den Grad der Einblendung. Ist das Kurvenband ganz oben, heißt das 100% Helligkeit, das Video ist vollständig eingeblendet. Ist das Kurvenband ganz unten, heißt das 0% das Video ist nicht eingeblendet, das Video bleibt schwarz. Durch Bewegung der Keyframes können Sie Ein- und Ausblendungen programmieren. Durch Anfassen am Beginn oder am Ende des Videoobjekts können Sie Teile des Videos wegschneiden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Video und wählen Sie Rechts abschneiden. Sie können das weggeschnittene jedoch jederzeit wiederherstellen. Wenn Sie zwei Videos in derselben Videospur haben, können Sie die zwei Videos einfach ineinander verschieben. Dieser graue Bereich ist der Bereich der Überblendung. Wenn Sie die Playtaste drücken, wird das Video im Screen in der Vorschauqualität abgespielt. Sind die Intermediate Files vollständig erstellt, können Sie in den Vollbildmodus gehen und das Video in voller Qualität ansehen. Und das Video in der Vorschauqualität ansehen. Vielen Dank.